Hallo, hier ist es hier und willkommen zurück zu Let's Play Lufia and the Fortress of Doom. Beim letzten Mal haben wir das Power Oil gekriegt und heute, ja, verwenden wir das endlich mal und gehen zurück nach Frideria. Falls ihr da noch nicht gewesen seid, meine ich, dass wir von Carbis einfach nach Süden segeln müssten oder so. Aber gut, Frideria, hier waren wir auch nur, um uns schon mal ein bisschen Equip zu kaufen, bin ich der Meinung, ist aber auch schon wieder eine Weile her, ne? War hier nicht, dass irgendwas aussah wie ein Gefängnis, ne? Eigentlich könnten wir hier auch mal schlafen gehen, wenn wir schon hier sind. 50 Gold, wieso nicht? Doch, ich meine, das war hier. Jedenfalls hat uns ja der Professor Rayl oder Rayleigh oder wie auch immer ich ihn nennen soll, uns schon gesagt, dass er sich hier befindet. Und hier gibt es noch ein bisschen was an Items, was wir mitnehmen können. Hier drüben auch nochmal, hey, hey, hey. Ja, wieso denn noch nicht? Und hier vorne Miracle, weil wir davon natürlich noch nicht genug haben. Ich gehe hier nur mal kurz hin, weil ich habe meine Sachen noch nicht verkaufen können seit der letzten Episode. Und darum, ja, du kannst direkt weg. Der Heavy Ring, ich habe ihn beim letzten Mal getestet, gefällt mir doch nicht. Ich habe es versucht, aber nein, 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 ist nichts, womit ich arbeite. Genau, so Dragon Tooth und Dragon Arrow kann alles weg. Blastering behalte ich aber definitiv. Grand Blade kann weg. Carbo Sword kann weg. Flaring baue ich noch. Foul Water weg. Ja, sorry, wie gesagt, ich hatte nicht wirklich die Chance, das in letzter Zeit zu machen, aber die ID Swing Wings brauche ich auch nicht mehr. Wir haben Jaren. So, das dürfte passen. So, alles klar. So habe ich auf jeden Fall genug Platz. Alles klar. Sorry, dass ich die Zeit jetzt gerade mal so gemein ausgenutzt habe, aber gut. Auf jeden Fall, bevor wir zum Professor gehen, meine ich, dass wir auch noch ein bisschen was an Items abgrasen können. Ein bisschen was dürften wir hier noch finden, aber hey, 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 kleine Mädel. Hm, also wir könnten diesen, ja, wir könnten diesen Traum tatsächlich bald in Errungenschaft bringen. Ha! Ist es so? Nein. Hm, wer weiß, vielleicht gibt es noch etwas im Himmel über dem Himmel, hm? Wer weiß, was hast du? Achso, du bist ja... Genau, bei dir können wir auch mal wieder speichern. Das ist ja schon ewig her. Ich meine, 15 Stunden sind wir schon im Spiel. Heiliger. Seht ihr mal, wie viel ich geschnitten habe, hm? Was haben wir dann hier oben noch Schönes? Hm? Du verkaufst Items. Brauche ich noch ein paar Powergoods? Eigentlich könnte ich ein paar kaufen. Ja, komm. Ich weiß, schaut mal, wie viel Geld ich habe. Ja, Powergoods! Okay, gut, das reicht. Sollte eigentlich ganz gut sein für den Moment, schätze ich. Ja, da ist der Eingang zu Shire Lab 4. Und ich meine... Sorry, ich meine, dass ich eben kurz was checken musste, aber es ist alles okay. Okay, auf jeden Fall, da ist der Professor. Du hast mitgeholfen als Blondie, hm? Interessant. Auf jeden Fall, hier finden wir noch zwei Items. Wieso nicht Stonky und Revive? Hm, wer weiß, wahrscheinlich hat er sie gebaut. Ich meine, er ist ein Professor. In Dr. Slump war das auch immer so ähnlich. Aber was ist entstanden? Ah, alle. Ha, ha, ha. Ah, der gute Akira. Ja, kein Problem. Wir haben Power Oil. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Power Oil und normalem Oil, hm? Wer weiß. Entschuldigung. Ich habe die meisten Episoden es geschafft, meinen Husten rauszuhalten, aber jetzt hatte ich mal keine... Wie hat sie das gerade so schnell gemacht, hm? Heiliger. Aber gut, dann hauen wir das Power Oil rein. Wird wahrscheinlich der nötige Treibstoff sein, weil wir sind in der damaligen Zeit eben Power Oil. Aber auf jeden Fall, jetzt können wir, wenn wir unser Schiff benutzen, A drücken und dann mit der... Uh, uh, Epic Mucke startet wieder. Ich werde versuchen, leise zu sein. Hier wisst jeder, dass ich das nicht kann. Alles klar, aber das erinnert mich auch ein bisschen an Lufia 2, aber so viel will ich dazu nicht spoilern. Aber gut. Aber gut. Parallelen können wir dann ziehen, wenn ich den zweiten Teil letztplähe. Auf jeden Fall. Wenn wir das geschafft haben, kommen wir alle wieder, hm? Natürlich. Das Schiff kannst du dann auch wieder haben. Puh, ist aber schon eine krasse, eine krasse Aufgabe, hm? Die Sinistries stoppen zu müssen. Hm. Was? Nein, oder? Über dem Dach von Glastar Tower. Das ist ein... Das ist schlecht. Was sollen wir dann tun? Okay, immerhin. Na dann ist die Aufgabe klar. Wir müssen auf jeden Fall dort rüber, um uns dann endlich den Sinistries zu stellen. Aber erstmal sehen wir hier mit der Epic Mucke raus. Ich mag das Theme. Generell der Soundtrack für das Spiel ist echt geil. Aber... Ja, ja, die Mucke hat sofort gewechselt. Auch nicht schlecht. Auf jeden Fall, wenn wir jetzt A drücken, seht ihr schon, dann kriegt das Ding einfach mal einen Propeller und wir können rumfliegen. Keine random Encounter in der Luft, wir bringen es und ich liebe die Mucke beim Fliegen. Ist das nicht geil? Aber wenn wir wieder runtergehen, haben wir wieder die Schiffenmucke. Genau. Aber ich möchte jetzt endlich mal zum Dragonshrine gehen, wo wir die ganze Zeit noch nicht waren. Ich habe ja schon drüber geredet und habe ihn eigentlich auch schon gezeigt. Wobei, eigentlich waren wir dann doch da. Aber auf jeden Fall will ich ihn jetzt auch mal verwenden. Und darum warten wir uns nach Herat. Denn von Herat ist der Weg am kürzesten. Wenn... Super, kein random Encounter. Und wieder in die Fliege-Epic-Mucke. Südwest... Ich weiß, ihr habt genau hier... Und hier... Schaut mal, wir können sogar mit dem Schiff direkt auf der Dingens landen. Wir müssen nicht auf Wasser landen, was ziemlich cool ist. Okay, und da wären wir am Dragonshrine. Denn wir haben ja schon lange unsere 8 Dragonboards. Ich meine natürlich Dragon Eggs. Und können uns jetzt etwas wünschen. Und zwar gibt es ein paar Sachen. Entweder können wir jede Person 2 Level steigen lassen. Wir können jedem 3 Step Potions geben. Oder, ja. Wir können uns ein Might Shield oder ein Might Bow holen. Ich weiß gar nicht mehr, wie gut der Might Bow tatsächlich ist. Aber ich würde es empfehlen, das Might Shield zu nehmen. Ja, danke schön. Und wenn wir das machen werden, die Dragon Eggs über die ganze Welt neu verstreut. Über, oder besser gesagt, in verschiedene Schatztruhen, wo sie teilweise auch, wenn ihr sie noch nicht geöffnet habt, eben auch alte Truhen überschrieben haben. Und eine Schatztruhe von diesen 8 wäre jetzt in der Oil Cave gewesen. Deswegen habe ich bis jetzt gewartet, um das einzutauschen. Aber jetzt waren wir in der Oil Cave. Von daher ist das absolut okay. Und das Item geht an Jeryn. Ihr seht schon, es gibt einen ordentlichen Abwehrboost. Ich mag das Might Shield. So weit ist Moment, das Circuit Shield kann ja dann eigentlich Lufia nehmen, wenn sie noch keins hat, ne? Ach, du darfst das gar nicht nehmen. Gut, gut. Moment, habe ich jetzt gerade beim falschen Item geguckt. Ich wollte bei... Dann kann keiner das Circuit Shield sonst nehmen? Okay, whatever. Auch egal. Gut. Auf jeden Fall setzen wir unseren Weg fort und warten uns wieder zurück nach Frideria. Denn ich meine, dass wir da noch ein bisschen was an Informationen uns holen können. Also rüber nach Frideria. Ich meine schon. Ich meine, dass da irgendwer noch was sagt. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich bin mir gerade nicht sicher, oder? Nein, 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 nein. Wer sagt das? Irgendwer meinte hier, glaube ich, noch... Da, Arubus. Genau, Arubus ist Westerfield. You can't reach it by ship, but Falcon can take you there. Jetzt wissen wir also ganz genau, wo wir hin müssen. Von daher. Gehen wir in den Flugmodus. Das fand ich auch so geil. Keine random encounter. Und ihr seht schon, das ist die Insel, wo wir vor Ewigkeiten mal vorbeigesegelt sind, weil ihr seht schon, das Ding ist ziemlich gut abgeschottet, sage ich mal. Wir kommen jetzt zu Fuß nicht hin, aber wir können ja einfach hier landen. Na, dann schauen wir mal, was Arubus so zu liefern hat. Und, hä? Interessant. Anscheinend. Ja, es ist ziemlich convenient, wenn wir einfach reingehen und sofort beim In sind, hä? Es gefällt mir auch. Es gefällt mir auch. Aber, ich habe ja erst die Binde schlafen gegangen, von daher brauchen wir das nicht unbedingt. Aber, was ich machen möchte ist... Wo ist denn das? Da oben war das, ne? Ja, genau, ich möchte die Spellpotion mitnehmen. Außerdem gibt es hier tatsächlich mal wieder ein paar Items, die ich kaufen will. Also, so ist es nicht. Wir werden hier heute ein bisschen was an Items kaufen. Ich muss aber gleich nochmal dafür auf die Shoppingliste hin. Wobei, eigentlich kriege ich das aus dem Kopf hin. Ne, ne, ne. Sicherheitshalber werde ich sie mir gleich nochmal ansehen. Aber, bevor wir das machen, kann... Ne, Items brauchen wir auch nicht. Aber können wir... Wobei, hier gibt es auch einiges noch an Waffen. Aber, das zeige ich euch gleich, das zeige ich euch gleich. Hm. Hm. Ja, genau, das haben wir auch vor, ne? Aber dahingehend arbeiten wir gerade. Weil ja unser Luftschiff, obwohl wir jetzt fliegen können, natürlich den Ort nicht erreichen kann. Das ist so typisch, oder? Na klar. Hm. Alles klar, er will ein bisschen Apple-Sider haben und dann hilft er uns. Von daher übernehmen wir das mal kurz. Dafür gehen wir hier in die Höhle, die zur Stadt gehört. Und besorgen ihn hier, weil warum... Wahrscheinlich ist das im Originalspiel, schätze ich jetzt einfach mal, irgendwie größerer Alkohol als nur Cider gewesen. Also stärkerer. Und auf die Art und Weise... Alkohol wird dann wahrscheinlich nur im Keller serviert, oder was auch immer. Wahrscheinlich ist die Bar hier, ne? Also, das ist zumindest der einzige Gedanke, der mir dabei einfallen würde. Übrigens, ich hatte da noch eine Spell-Potion gehört, ne? Spell-Potion? Das sag ich doch. Hm, Jaron, du kriegst sie. Alles klar. Ja, und ich möchte etwas... Was wollte er haben? Er wollte... Nö, was wollte er haben? Wollte er nicht Apple-Cider haben? Moment, den gibt's noch weiter hinten, wa? Wolltet er mich veräppeln hier? Du verkaufst den doch. Na, zeig mal her. Genau den wollten wir haben. Mensch, 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 ich wollte schon sagen, ja? Ich dachte schon so, Moment, was sollte ich jetzt nochmal kaufen? Aber nee, 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 nee. Du hast mich nicht geschickt, spät. Denn der gute Typ gibt uns für Apple-Cider ein bisschen was an Informationen. Na dann, warum kann er den eigentlich nicht selber kaufen? Ich mein, 1000 Gold. Ich schenke dir sogar 100 Apple-Cider, wenn du willst. Ich hab das Geld. Äh, ja. Haha, na dann erzähl mal. Okay. In der Höhle, die nördlich von Glastar Tower ist. Alles klar, dann wissen wir schon mal, wo wir hinwollen. Ich werde mal kurz meine Shopping-List aufmachen und sage bis gleich. Alles klar. So, es gibt einiges, was wir kaufen wollen. Und dann hauen wir mal rein. Denn es gibt auch eine neue, stärkere Waffe. Es gibt zwar Zirken Sword, was auch jetzt nicht so schlecht ist. Aber die Zirken X ist doch nochmal einen Ticken besser. Davon will ich eins haben. Eigentlich war es das an Waffen. Und die equippen wir nämlich in der einen Aguru. Weil Zirken X ist nochmal ein deutliches Plus. Gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. 528 Angriff, das... Bummst ordentlich. Wie viel hat eigentlich... Oh, siehst du? Seht ihr, seht ihr? Die, die sich gewünscht haben, dass Aguru wieder stärker wird. Da habt ihr es. Da habt ihr es. Das Tool Black. Moment, wie viel Angriff gibst du eigentlich? Alter, das Ding gibt echt nochmal 50 mehr als das Grand Lead. Das ist echt, echt extrem, ha? Aber gut, es gibt auch noch ein bisschen was an Rüssi, was ich haben will. Und ich meine, wir haben das Geld locker und dicke. Ich möchte haben, eine Zirken Rope. Ich brauche zwei Zirken Plates. Erinnert mich ein bisschen an Sinogre. Zu viel Monster Hunter wieder. Und ich brauche zwei Zirken Helms. Ansonsten, ich glaube, mach... Ne, 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 damit brauchen wir nichts anfangen. Aber gut, da haben wir wieder ein bisschen was oben. Nein, die Rope ist nicht für dich, also wirklich. Ah, die Plate ist für dich ja zwei Punkte mehr Abwehr. Ich sage mal, wenn ich das Geld habe, so wie in diesem Fall. Definitiv. Nein, Zirken, weil... Ich meine, ich habe inzwischen das Geld. Ich bin so reich inzwischen, da spielt es gar keine Rolle mehr. Hm, für dich war nichts dabei, aber für dich war noch was dabei. Ah, die arme Lufia geht heute leer aus. Nein, Zirken Ress ist ja auch meine Geschlechter. Ist jetzt schon My Shield all the way. Wobei, dann kann ich auch mal ganz kurz mein altes Secret verkaufen. Ja, das habe ich heute schon mal gemacht. Aber Carbo, Carbo. Ja, und vorher war Carbo noch das Maß aller Dinge. Aber, hat man gesehen, schon nicht mehr. Übrigens, wir brauchen auch nicht mehr den Frost Ring, bin ich der Meinung. Es gibt keine Gegner mehr, wo wir den unbedingt brauchen. Ich werde ihn trotzdem behalten, weil ich bin cool. Aber geben wir ihr den Flamering. Der ist für die Zukunft doch die bessere Option. So viel, denke ich, ist gesagt. Alles klar. Dann gehen wir mal los und gehen zu der besagten Hülle, die sich nordwestlich befindet. Das wäre diese hier. Und schaut mal, dort ist zwar die Island of Doom, aber wenn wir versuchen, einzufliegen, ihr seht schon, das Schiff, das steuert dann automatisch einfach weg. Wir kommen da im Moment unmöglich hin. Und wie gesagt, der Durchgang wäre hier. Aber wir brauchen halt den Key, um dort überhaupt durchzukommen. Darum ignorieren wir diesen Eingang und begeben uns erst einmal hier hin. Parken direkt davor. Absolut. Aha, richtig schlecht eingepackt, ne? Auf jeden Fall die nächste Dungeon. Ja, ich weiß. Dungeons und Luffy gehen leider Hand in Hand. Aber was soll ich machen? Jedenfalls gehen wir diesen ganz geraden Weg einfach weiter. Und ich habe Luffy immer noch auf ihrem Flash Ring, weil die Mad Knights gerade die sehr anfällig drauf sind. Ansonsten, ich glaube, Feuer bringt bei euch nicht wirklich viel. Greift die anderen mal physisch an. Das sollte eher den Sinn und Zweck erfüllen, den ich haben will. Komm schon. Ja, ich weiß. Jaron ist nicht gerade die Stärkste. Ich denke mal, so ein Might Bow hätte wahrscheinlich schon ordentlich Angriff. Aber ich denke mir lieber die Verteidigung, weil der Verteidigungsboost war doch zu groß. Und Jaron ist nicht wirklich jemand, den ich so großartig physisch kämpfen lasse. Auf jeden Fall diese Variants. Ich meine, dass wir sie nur mit einem Flash oder besser gesagt mit dem Thunder Down kriegen, weil die doch schon etwas stärker sind. Aber ihr seht schon, Thunder. Ich glaube, dieser Zauber pierced wirklich die Abwehr, weil er ist immens hoch, der Schaden, der da immer fällt. Könnte sein. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber na gut. High Potion. Wahnsinn. Immer mal, wieso denn nicht? Nun gut, die Stufen können wir erstmal ignorieren, aber mir fällt gerade auf, wenn ich hier jetzt noch weitergehe, wäre das etwas von Nachteil, weil ich dann vielleicht offscreen mich doch entscheide, dazu in offscreen zurückzugehen und das episodenübergreifend zu machen wäre ein bisschen blöd. Darum werde ich hier den Schnitt machen und beim nächsten Mal hoffe ich doch, dass wir den Kia gattern, um den Sinistros wieder mal in Schritten herzukommen. Ich bin Cion und sage bis zum nächsten Mal. Bis dahin und bis dahin.